Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblog. Ich bin heute unterwegs in Landsberg. Das ist bei Halle an der Saale. Da bin ich schön aus dem Hotel gerade rausgelaufen, weil ich hier bin wegen meiner Zahnentiernerlesung und will heute 90 Minuten laufen gehen hier über die Felder. Und dann ist alles cool. Mal gucken, ob ich das schaffe. Man schmeißt man mir ein bisschen zu faul. Dann hört man früher auf. Aber ich glaube, das kriege ich schon hin. Naja, seht selbst nach dem Intro. Ich bin jetzt gerade angekommen in Stichelsdorf. Stichelsdorf ist so ein kleines Nest, wo eigentlich nichts ist. Ich habe letztens beim Vorbeifahren, habe ich hier mal was entdeckt. Das würde ich mir mal angucken. Gucken, ob ich es wieder finde. Das ist so eine Straußenfarm. Hier vorne ist das, glaube ich. Ja, hier ist die Straußenfarm. Ich weiß gar nicht, was man sieht von außen. Von irgendwie so ein Strauß. Guck mal hier. Straußenfarm. Super. Straußenhof. Ich meine, ich hätte ein paar Strauße gesehen. Das ist natürlich total schön, an Vogelstrauß vorbeizulaufen. Der ist zwar 4000 kmh schneller, wenn er will, aber ich bin jetzt gerade aktiver. Ach, guck mal. Krasse. Das sind ja wirklich welche. Sieht man die da hinten? Sieht man nur bedingt, ne? Gerade. Wie komme ich dir da näher? Mal schauen, mal schauen. Hier irgendwo? Da hinten irgendwo, ne? Da sieht man so einen Strauß. Da sind sie. Wir machen einen auf. Entspannt. Ja. Mitten in Sachsen-Anhalt. In Stichelsdorf. Da sind die. Guck mal, da ist er. Der guckt gerade. Da. Wo ist er? Da. Da läuft er. Guck mal, der kommt sogar hierher. Hallo Vogelstrauß. Ich glaube, du meine Sprache sprichst natürlich die Frage, ne? Der ist ganz schön groß. Boah, ist der groß. Woher denn? Ich bin ganz neugierig. War das ein Vieh? Ich bin ja noch gut 8, 9 Meter weg von dem, aber der wirkt ganz schön groß auf mich gerade. Also der ist mindestens mal 3,50 Meter hoch. Puh. Ich lauf mal weiter. Ja, also das war die Straußenfarm. Mitten in Sachsen-Anhalt in Stichelsdorf. Eine Farm mit Straußen. Hammermäßig. So, jetzt habe ich natürlich 4 Minuten verplempert oder so. Die muss ich jetzt irgendwie wieder reinholen. Und lauf mal weiter. Guck mal, wo ich da hinkomme. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter gelaufen. auf so einem Kopfsternpflasterweg, der gar nicht so schön zu laufen ist. Aber jetzt bin ich, guck mal, Halle an der Saale. Ja, das ist der Beweis. Ich bin hier. Obwohl die Straußenfarm ist schon der Beweis. Naja, ich bin auf jeden Fall in Halle an der Saale. Sieht spannend aus. Hier gerade total spannend. Aber ich lauf jetzt mal irgendwie mal so eine Runde und guck mal, dass ich irgendwann wieder zurückkomme. Richtung Hotel. Aber ich habe noch ein bisschen vor mir. Ich bin jetzt eine halbe Stunde unterwegs. Da geht noch was. Ich bin jetzt wieder im Feld und meines Wissens wieder Richtung Stichelsdorf unterwegs. Und wenn ich in Stichelsdorf bin, weiß ich wieder, wie es zu meinem Hotel geht. Und habe jetzt eine Dreiviertelstunde. Also die Hälfte habe ich durch. Muss natürlich noch vier Minuten drauflegen, weil ich mir die Vogelstrauße angeguckt habe. Mache ich natürlich. 94 Minuten muss ich machen. Läufe ich noch mal irgendwo eine Schleife und dann ist alles cool. Läuft sich heute gut. Wetter ist nicht zu heiß. Aber auch nicht kalt. Sonne knallt nicht zu sehr. Deswegen ist alles super. Beine fühlen sich gut an. Alles gut. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Weil hier ein Bahnübergang ist, muss ich jetzt mal ein bisschen improvisieren. Denn die Schranken sind zu gewesen. Und hier ist auch schon der Zug, der da langfährt. Ich laufe jetzt der Bahnschiene ein Stückchen ganz lang, um dann irgendwann wieder umzudrehen. Es ist ein ewes langer Zug. Es ist schon sau laut jetzt gerade. Aber der Weg ist auch ganz schön kacke. Voll hier. Hochsteinpflaster mäßig. Nicht schön zu laufen. Mann, oh Mann. Naja. Ich gucke mal, dass ich bald hier rüber komme oder drehe. Bin jetzt schon eine Stunde unterwegs. Nicht mehr lange. Halbe Stündchen oder 34 Minuten. Dann habe ich es. Ich bin jetzt knapp 75 Minuten unterwegs. Und es ist immer schön, wenn man hier so in den Schatten kommt. Und eben hatte ich so einen schönen Weg. Zwischen hohen Bäumen. War auch schön Schatten. Gerade eben unter der Unterführung durch. Autobahnunterführung, glaube ich. Und da war es auch schön schattig. Jetzt komme ich wieder in die Sonne rein. Die brennt gerade ein bisschen. War eben nicht so schlimm, hatte ich den Eindruck. Aber jetzt schon ein bisschen sehr arg. Und ich muss noch eine Viertelstunde machen, beziehungsweise 20 Minuten. Gegen den Vogelstraußen. Aber das kriege ich hin. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich wende gleich, um zum Hotel zurück zu laufen. Aber ich habe hier einen geilen Wendepunkt entdeckt. Das ist hier so eine so eine olle Autobahnbrücke. Guck mal. So, dann laufe ich jetzt die Treppen hoch, rüber und die Treppen wieder zurück. Geil. Oh, ich bin auf die Presse gefallen. Von lauter Filmerei. Das macht aber nichts. Ich habe es nämlich überlebt. So, jetzt bin ich oben auf der Brücke. Und muss auf der anderen Seite wieder runter. Und dann wieder zurück. Und dann ist das Hotel. Geil. Geiler Wendepunkt hier. Also runter ist klar. Hier, guck mal. Runter, runter, runter. Und jetzt habe ich noch gut 7, 8 Minuten bis ich zum Hotel bin. Und dann habe ich es geschafft. Dann habe ich meine 95. Ungefähr 94, 95. Und der Autobahn ist natürlich nie so schön, lang zu laufen. Aber hier hat man wenigstens mit der Treppe was zu tun. Das ist ganz geil. Das mag ich mal wieder. Vielleicht laufe ich mal nur zur Treppe. Irgendwann. Das kannte ich nämlich für heute gar nicht. So. Jetzt nur noch runter. Und dann zum Hotel. Ich werde mich gleich. So, ich habe es jetzt geschafft. Ich bin 96 Minuten unterwegs gerade. Also länger als gedacht. Plus die Straußenpause. Und hier hinten im Hintergrund ist jetzt das Hotel. Da eier ich jetzt hin. Ich habe schon alles zurechtgelegt. Mein Abendessen. Ich habe mir einen schönen Fisch gekauft. Voll geil. Der freut sich schon auf mich. Beziehungsweise ich mich auf ihn. Er ist ja tot. Dummerweise. Gut. Also. Ich bin da. Ich habe meinen Soll erfüllt heute. Und jetzt geht's. Vielleicht gehe ich noch in die Wanne. Ist eine gute Idee. Auf jeden Fall erstmal fressi, fressi. Bis dann. Tschöreio. Misophie.